Dieser monströs aussehende Fisch lebt bereits seit Urzeiten in den Meeren. Jetzt haben Wissenschaftler herausgefunden, dass das Leben eines Quastenflossers wohl viel länger dauert, als es vorher vermutet wurde. Die Biologen haben dafür Verkalkungen in den Schuppen der Tiere untersucht. Anhand der sogenannten Circuli können sie Rückschlüsse auf das Alter der Fische ziehen. Ähnlich wie bei Bäumen geben diese Ringe einen Hinweis auf das Alter der Tiere. Von 27 untersuchten Quastenflossern waren sechs zwischen 60 und 70 Jahre alt und einer etwa 80 Jahre. Was die Forscher überraschte, war die Untersuchung zweier Embryos. Quastenflosser tragen die Tiere im Körper aus. Die Tiere schlüpfen im Mutterleib und kommen vollentwickelt auf die Welt. Auch die Zeit bis zur sexuellen Reife ist sehr lang. Sie soll zwischen 40 und 69 Jahren liegen. Die Forscher vermuten aufgrund dieser Erkenntnisse, dass die Fische ein Alter von 100 Jahren leicht überschreiten können. Die Wirbeltiere mit dem höchsten Alter sind Quastenflosser allerdings nicht. Der Grönlandhai hält diesen Rekord bislang. Die Riesenhaie können bis zu 400 Jahre alt werden. Quastenflosser leben seit 400 Millionen Jahren in der Tiefsee. Sie haben ihren Lebensraum in einer Tiefe von bis zu 800 Metern. Die weiblichen Tiere sind größer als die männlichen und können bis zu zwei Meter lang werden. Lange glaubten Wissenschaftler, dass der Quastenflosser ausgestorben sei. Dann wurde eine ihm verwandte Art in Indonesien entdeckt. Seitdem ist er einer der bekannten Beispiele für lebende Fossilien. Das sind Arten, die sich über mehrere Millionen Jahre nicht verändert haben.